Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video von uns. Heute der letzte Teil unserer Jackenverarbeitung, Teil 4. Wir haben schon drei Teile hochgeladen, einmal Vorderteil, Rückenteil, Ärmel und heute ist das Finale angesagt, wobei ich gleich vorab ankündige, ich habe euch nicht alle Schritte ganz perfekt hier aufgenommen für diese Jacke, weil wir dann das Futter einsetzen, ist finde ich super aufwendig zu erklären, beziehungsweise musste ich da selbst ein bisschen tricksen, weil ich meinen Schnitt verschmissen habe, also fehlt hier der Schritt mit dem Futter, aber ihr müsst ja auch nicht jede Jacke füttern. Alles fertigstellen und zeigen euch dann natürlich auch das fertige Endergebnis. Die Kragenteile bei meinem Schnitt sind zweiteilig, das heißt es gibt ein Kragenteil und einen Steg. Ich habe das einmal in braun und einmal in weiß gemacht, mein Unterkragen wird weiß und mein Oberkragen braun. Das ist bei mir ja alles immer schon abwechselnd. Der erste Schritt besteht darin, dass ihr die Stegteile an den Kragen näht, das ist eben so ein bisschen gewölbt, damit sich der Kragen besser umlegt später, deswegen macht man so einen Steg dran. Das ist bei mir mit einem Zentimeter Nahtzug, aber es gibt auch noch Markierungen, wo das auf die Schulter trifft an unserem Jackenteil und weil eben das Leder sich nicht gut bügeln lässt, mache ich immer den Schritt noch mit rein, dass ich von der rechten Seite die Kanten zusammensteppe, also einfach ganz schmal entlang der Bruchkante hier reingehe und das Ganze feststeppe. Das gleiche machen wir im Prinzip dann auch mit dem Oberkragen, also das ist ganz egal. Üblicherweise sollte man den Unterkragen ein bisschen kleiner zuschneiden als den Oberkragen, das wäre in meinem Fall der weiße, aber so will ich nur zwei Millimeter rundum wegnehmen und das dann Kante auf Kante legen, damit der Unterkragen später den Oberkragen so ein Stück weit nach unten zieht. Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber dann könnt ihr, wie gesagt, ganz minimal kleiner zuschneiden und wenn jetzt der Unterkragen eben bereit ist, dann solltet ihr auch an der Jacke immer hinten eine Mittelmarkierung machen, wo ihr dann den Kragen ansetzt. Wie gesagt, es gibt auch Schultermarkierungen und dann könnt ihr das Ganze auch direkt schon mal festnähen und es gibt auch meistens noch eine Reviermarkierung bei den Schnitten, also dort, wo dann dieser Punkt, diese Ecke ist in dem Kragenteil, wo man später sehr gut aufpassen muss beim Zusammennähen. Wenn ihr eben eine Jacke habt, die nur einen kurzen Stehkragen hat, kein Revier hat oder so eine eher schlichte Bikerjacke ist, das ist überhaupt kein Thema, dann spart ihr euch diesen schwierigen Schnitt. Revier nähen ist tatsächlich etwas, das sehr viel Genauigkeit verlangt. Man kann das auch hunderttausendmal vorfixieren. Ich habe es, wie gesagt, hier gemacht, weil viele Jackenmodelle einfach sowas haben. Also ihr näht jetzt davor bis zur Markierung, näht das dort aber schon mal gut fest, aber auch so, dass da nicht so ein fetter Wulst drinnen ist. Da kommt nämlich später unser Innenteil dran. Und zwar besteht das aus diesen beiden Belegen. Also Besatz heißt das auch ganz gerne, dass eben vorne noch an diesem Klappbaren Vorderteil dran kommt. Und dieses mondförmige Stück ist dann auch noch ein Teil des Besatzes für den Kragen. Da kommt vom Oberkragen der Steg mit dran. Ich habe erst später gecheckt, dass man da ja auch noch einen Jackenaufhänger mit reinmachen sollte. Muss man natürlich nicht. Ich wollte aber einen haben, weil ich nicht immer einen Kleiderbügel zur Verfügung habe. Ich habe das später noch ergänzt, aber ihr könnt das direkt bei diesem Schritt machen, wenn ihr hier den Oberkragen einsetzt. Da gibt es eben auch eine Markierung. Und dann könnt ihr euch den Oberkragen genau gleich wie zum Jackenhauptteil hier festnähen. Genauso an den Revierpunkt. Und dann kommt eigentlich schon der wichtigste Schritt, nämlich hier seht ihr eben nochmal, wie die normale Jacke jetzt ausschaut. Dass ihr dann die Belege mit dem Oberkragen jetzt komplett Kante auf Kante auf eurer Jacke außen feststeckt. Und dann wird es spannend beim Feststeppen, denn da müsst ihr jetzt wirklich richtig gut Acht geben, wenn ihr so wie ich diese Revierkante habt. Also ihr seht da vorne, das ist so dieses wie ausgezwickte Kante drinnen ist. Und da gibt es viele Tricks auch, wie man das machen kann. Ihr könnt es mit einer Knopfseide genau diesen Punkt, wo alle Teile zusammentreffen, festnähen schon mal, damit da nichts verrutschen kann. Wichtig beim Lied auch immer die Nahtzugaben hin und her zu klappen, aber das zeige ich euch gleich an der Maschine. Ich fange immer ganz gerne nicht auf einer Seite an, sondern eher auf der Mitte. Wichtig ist auch noch hier beim Reißverschluss zu erwähnen, wir haben ja auf einer Kante den Reißverschluss vorne und ich habe mich prompt mit einer Nadel gestochen wieder, als ich das aufgenommen habe. Und wichtig ist, dass ihr eben dann wirklich schön die Nahtzugaben entlang geht. Bei der einen Seite ist es wirklich nur Kante auf Kante, da könnt ihr rübersteppen bis zu diesem Punkt. Dann würde ich persönlich absetzen, die Nahtzugaben wegklappen und vom Kragenteil weiterarbeiten, aber das zeige ich euch dann auch. Hier jetzt nochmal zu dem Teil, wo der Reißverschluss kommt. Das ist auch eben wichtig, dass der schön drinnen verschwindet in der Nahtzugabe und euch später nirgendwo rausguckt oder ausfranzt. Denn das Wichtigste ist natürlich auch, dass euch der Schlitten auf keiner Seite aus der Jacke ausfiedelt. Das habe ich vorhin beim Video mit den Vorderteilen schon erwähnt, bei Teil 3, dass ihr das wirklich gut einnäht, damit euch dann nichts mehr schief gehen kann. Und jetzt kommt dieser Teil, den ich angesprochen habe. Wenn ihr das vordere Belegteil schon festgenäht habt, dann klappt ihr von oben hier die Nahtzugabe runter und näht auch ganz genau an diesen Revierpunkt ran. Wie gesagt, ihr könnt das auch mit der Hand vorfixieren, damit das genau aufeinander liegt. Das zeige ich euch jetzt dann nochmal aus der Nähe. Dann seht ihr, habe ich abgesetzt, Nähte weggeschnitten und gehe jetzt hier nochmal rein. Und dann seht ihr, treffen hier wirklich diese vier Nahtzugabenteile aufeinander auf einem Punkt. Und wenn das soweit passt, dann könnt ihr das auch innen alles zurückzwicken. Denn wenn ihr das Ganze verstürzt, also wieder umdreht, kann es natürlich sein, dass durch diese vielen Nahtzugaben, die da aufeinander treffen, das einfach nur ein fetter Wulst wird. Das wollen wir nicht. Deswegen an diesen Ecken vom Kragen einfach abzwicken. Schauen, dass ihr aber auch kein Loch reinmacht. Und zieht ihr auch an den Kragenspitzen selbst, habe ich das so gemacht. Dann könnt ihr das ganze Teil schon umdrehen. Ich nehme mir ganz gerne eine dickere Nähnadel zur Hilfe, um das Ganze zu wenden, um die Ecken auch schön nach außen zu biegen. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und wenn ihr das richtig gemacht habt, seht ihr hier jetzt mit meinem Zweifarbenspiel, dass es tatsächlich richtig hübsch geworden ist. Wie gesagt, nicht verzweifeln, ein Revier ist etwas, wo man wirklich sich Zeit nehmen muss. Und es gibt auch Jackenschnitte, die wesentlich einfacher sind, die eben ohne das auskommen. Da ist vielleicht nur so ein aufgesetzter Stehkragen dran, kennt man auch vielleicht diese Bikerjacken mit den Druckknöpfen. Als letzten Schritt, wenn ich das alles sauber umgedreht habe und die Nahtzugaben überall zurechtgezupft habe, werde ich mir außen das Ganze jetzt nochmal kantig absteppen. Das ist ein optionaler Schritt. Ich mag das, wie gesagt, gerne, damit es einfach flacher liegt und schöner liegt. Das ist auch ein ziemliches Gewurstel, wie ihr sehen könnt, die Jacke da immer hin und her zu wenden. An den Ecken muss man ein bisschen aufpassen, da ist ja trotzdem noch relativ viel Nahtzugabe drin. Trotz zurückschneiden kommt da viel Stoff rein. Und wie gesagt, ich mache diesen Schritt, weil mein Leder sich sonst nicht irgendwie schön flachdrücken lässt und ich das nicht ewig irgendwo einquetschen möchte, sondern einfach das Ganze wirklich schön flachsteppen. Plus, auch wenn ihr eine Lederjacke kauft, die sind manchmal so steif am Anfang, noch von diesen Nähprozessen, dass man da wirklich Schwierigkeiten hat. Also ihr seht hier nochmal, wie das vorher ausgesehen hat, da zieht es die Naht richtig nach innen und ich finde das einfach nicht schön. Und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, das analog zu den anderen Nähten einfach so festzusteppen. Also hier seht ihr jetzt nochmal, was ich meine, weil das einfach so nicht sehr hübsch ist, meiner Meinung nach. Gibt aber auch andere Möglichkeiten, das abzuschließen. Und deswegen habe ich es eben einfach in die Maschine geschmissen und das Ganze einmal rundum so geniet. Jetzt ist noch wichtig zu erwähnen, unten der Abschluss kann einfach hochgeklappt werden, beziehungsweise wie ich schon gesagt habe, ich habe leider das Einfüttern nicht mitfilmen können, weil meine Speicherkarte kaputt gegangen ist und ich auch noch Probleme mit dem Schnitt hatte. Und es dann einfach gelassen habe. Aber ich habe in meiner Jacke dann einfach so einen Bund unten dran genäht, wie bei einer Hose. Also ihr könnt euch das dann überlegen, da messt ihr einfach nur die Länge ab. Oben habe ich ja vorhin schon dazu gesagt, könnte man eigentlich jetzt an dieser Stelle hier noch zwischen diesem Mond, also diesem Belegteil und dem Kragen einen Aufhänger reinmachen. Das habe ich auch gemacht. Was ich hier als Vorzeige ist, damit euch dann später nicht die Krägen immer so verrutschen oder das alles schief wird, kann man da die Nahtzugaben noch nehmen und das dann zusammennähen. Aber an der Nahtzugabe, weil dann bleibt das da so liegen und wie gesagt, da müsst ihr euch eben schon sicher sein, dass alles passt, bevor ihr dann auch noch einfüttert. Wenn ihr nicht einfüttert, ist es wurscht. Ihr könnt das auch so lassen, aber wie gesagt, das hilft schon, wenn ihr das an manchen Stellen nochmal fixiert. Hier seht ihr, habe ich jetzt so eine Schlaufe vorbereitet, so einen Jackenaufhänger, den biege ich mir so. Ich habe mir dann einfach nochmal zwei Stellen aufgemacht an der Naht und das reingeschoben. Ihr könnt diesen Schritt jetzt einfach auch schon direkt beim Belegarbeiten machen. Dann eben noch die Nahtzugaben fixieren, dass die Teile alle schön liegen bleiben. Und die Längenverarbeitung ist dann wirklich Geschmackssache. Wie gesagt, bei mir ist es ein Bund geworden. Ich habe auch noch Druckknöpfe ergänzt am Kragen, also im Revierkragen, damit man die festpinnen kann an der Jacke selbst. Aber da könnt ihr euch wirklich dann wild austoben, hängt wirklich vom Modell ab. Aber im Prinzip dieser Schritt ist für alle Jacken dann noch gleich, dass man einen Jackenaufhänger mit rein machen kann. Dass man den Kragen eben so aufsetzt. Es gibt auch natürlich die Möglichkeit, die Jacke jetzt gar nicht zu füttern. Dann erspart ihr euch aber in Wahrheit auch diesen Beleg, beziehungsweise kommt es auf den Stoff drauf an. Oder ihr versäubert die Kanten einfach schön. Aber mit der Dacron-Watte innen kann man das eigentlich nicht wirklich so lassen. Deswegen, ich habe die Jacke noch gefüttert. Gibt es bestimmt auch tolle Tutorials dazu. Und wie ihr seht, hier unten jetzt das noch festzusteppen. Der Kragen ist jetzt soweit dran. Ich habe es hier noch fixiert. Und das war der letzte Schritt. Das ist nun das offizielle Ende und der letzte Teil unseres Tutorials. Ihr sehen könnt, ich habe die fertige Jacke an, so wie auch an den anderen Videoenden. Aber ihr seht jetzt, es ist wirklich nicht so viel dahinter, wie man meinen sollte. Man kann auch wirklich selbst eine Lederjacke nähen. Wie gesagt, ganz wichtig, gutes Material zu wählen, eine geeignete Nähnadel. Vor allem, da müsst ihr euch nicht ärgern, weil wenn die zu dünn ist und abbricht, dann kann ich verstehen, dass man frustriert wird und sagt, na, das kann man selber doch gar nicht machen. Lasst uns gerne wissen, ob ihr mehr solche Tutorials haben möchtet, ob ihr einzelne Arbeitsschritte vielleicht auch genauer braucht, wo wir euch sonst noch irgendwie unterstützen können und unser Wissen mit euch teilen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und wir sehen euch dann hoffentlich bei einem weiteren Teil von diesem Video wieder, beziehungsweise bei ganz vielen anderen DIYs auf unserem Kanal abonnieren, reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!